hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ja heute wollen wir hier von Philly Unicorn zwei Blind Packs aufmachen und denn alle Einhörner haben ein Kristall in der Krone und finde das seltene Einhorn Sparkly mit fünf Kristallen in der Krone es sind also hier ja fünf verschiedene oder wie viel gibt es davon nein Moment es gibt ja mehrere das sind vier acht 16 24 sammle alle 21 Phillies das besondere seltene hat alle fünf Kristalle in der Krone also nicht 24 21 was erzähle ich denn da Mensch gut aber wir wollen jetzt das hier mal aufmachen und wollen mal schauen welches wir hier haben vielleicht haben wir hier das seltene welches ist es denn welches ist es denn Claudina Modeberaterin aha ja also hier habt ihr das Kärtchen dazu ich hoffe ihr könnt es lesen könnt ihr euch dazu das Video anhalten ja und so sieht das das Pferdchen nun hier aus na schnell scharf so 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 So, das war Pferdchen Nr. 1. Und jetzt nochmal das zweite Hauf und es ist Leif, Köchin. So sieht es aus, die Köchin. Ja, und auch dieses Pferd hat nur ein Kristall, also kein seltenes Einhorn, gefangen, sage ich mal, sind zwei normale. So. Moment. Zack. So. Gut. Das war jetzt dieses Video. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr ja gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ansonsten sage ich erstmal Danke fürs Zuschauen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.